Der Radio Teddy Trikottausch. Weg mit den Alten, die Neuen behalten. Neue Trikots für eure Mannschaft plus 100 Euro für die Vereinskasse. Das verschenken wir jeden Tag um 8 Uhr und um 16 Uhr unter allen, die sich auf radioteddy.de angemeldet haben. Und gerade haben wir die F2 des Askania Köpenick aus Berlin ausgerufen. Angemeldet von Robert Baumeister und du bist jetzt am Telefon. Ja, hallo, hier ist Robert. Grüß dich, Robert. Du dachtest, du meldest dich einfach mal an für die Mannschaft? Genau, ich bin Trainer bei der F2 und Trikots können wir immer gebrauchen. Wir haben viele Spiele und wachsen schnell und deswegen wollte ich die Aktion gerne nutzen. Ja, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Ihr gewinnt neue Trikots und 100 Euro für die Vereinskasse obendrauf. Ja, super, vielen Dank. Das können wir gut gebrauchen. Herzlichen Glückwunsch. Dann wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg beim nächsten Spiel. Ist es jetzt am Osterwochenende soweit oder danach erst? Na, nach Ostern haben wir ein Turnier bei Tasmania Berlin. Oh, na dann drücken wir ganz fest die Namen. Mit den neuen Trikots klappt das dann bestimmt wie am Schnürchen. Noch kurz in der Leitung bleiben. Danke. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen. Einfach auf radioteddy.de klicken und eure Mannschaft, euren Verein anmelden. Und morgen früh um 8 Uhr, da geht es dann los, da gibt es dann die nächste Chance. Und die nächste Mannschaft wird... Vielen Dank.